Moin, ich bin Anoshi. Keiner Name, oder? Ja, ich bin gerade aufgewacht. Nun muss ich mich jetzt gleich fertig machen und drück mich davor ein bisschen. Und, achso, ich lieg hier übrigens auf meinem Baubau. Die ist ganz süß und die schläft die ganze Zeit. Das ist ja auch. Im Gegensatz zu mir hat die ist echt gut. Naja, also man sieht sich. Haut da rein. Das ist ja auch.